Willkommen zurück meine Knuffel-Schnuffel-Puffel-Sailor-Krieger-Fan-Gemeinschaft. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Let's play Sailor Moon Another Story. Und auch die gute Sailor Venus hat jetzt endlich Stufe 19 erreicht. Das heißt die Gegner sind eigentlich mega lasch und wir können unsere Fehler von der letzten Folge endlich begleichen. Und wie sieht das Ganze aus? Ganz einfach. Die Hits die sie macht sind so massiv, dass sie einfach Gegner ummatcht. Wie nichts Gutes. Haha. So. Sehr gut. Das heißt wir können jetzt auch endlich in dieses Schloss. Hier oben. Lustig ist, dass es hier keine Gegner anscheinend gibt. Aber im Schloss gibt es welche. Und zwar keine Netten. So wir waren... Links sind wir schon mal lang gegangen. Rechts sind wir noch nicht lang gegangen. So hier gibt es nichts. Hier gibt es Gegner. Und ihr... Ne? Da sind sie wieder. Die Dockbar. Ihr werdet jetzt einfach mal... Terminated. Schmeck. So. So und nicht anders muss das aussehen. Punkt. So. Was gibt es denn hier Schönes? Aha. Es gibt hier zwei Wege. Einer links, einer rechts. Und... Ich frage mich... Es ist schon ziemlich krass. Ich meine... Ähm... Sailor Venus hat hier ihren eigenen Schrein aus der Vergangenheit. Die Leute haben ihn gehütet. Wie ein Schatz. Ich... Ich... Ich finde das irgendwie ein bisschen seltsam hier mit den, ähm... Mit der Architektur und mit der Struktur, wie diese Gebäude gebaut sind. Also, ich werde mal gucken. Vielleicht... Gibt es hier irgendwie... Ach ja. Gibt es hier so etwas wie Kisten, die wir sammeln können? Davon gibt es nicht viel in diesem Spiel scheinbar. Und... Ach ja, stimmt. Wir sammeln ja auch nebenbei irgendwelche komischen Puzzleteile. Wir könnten ja mal gucken, wie weit das Puzzle mittlerweile ist. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon vollständig. Ich weiß es nicht. Ne, uns fehlen nur noch vier Teile. Ist das mal geil. Also, wir haben schon... Ah! Oh! E! Eine Luna P! Hier hätten wir also auch speichern können. Äh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte speichern. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit der ganzen Knete. Aber mal gucken. Diese Viertelmillion, die wir jetzt haben, ist sicherlich so eine Sache, die wir zu späteren Zeitpunkten bestimmt noch brauchen könnten. Aber jetzt heißt es erstmal, gucken, ob wir hier ein Gegenmittel finden. Ah, oh. Moment, hier geht es hoch. Das heißt, ich sollte doch vielleicht nochmal zur anderen Seite laufen. Das meine ich, würde... Ich würde ganz gerne so eine Karte haben, wo ich sehe... Also, so ähnlich wie bei Legend of Zelda. Aber gut, das ist Klassik. Das ist normal bei alten Super Nintendo Titeln, dass man halt eben blind hoffen muss, dass man den Weg richtig geht. Wenn es halt eben nicht ständig nur diese Random Campe dazu geben würde, dann wäre das ja auch alles gar nicht so schlimm. Also, was haben wir denn hier? Außer noch mehr Gegner. Matchet weg. So, Sailor Venus hat es voll drauf. Sie ist jetzt hier so dermaßen OP. Können die nicht einfach wegbleiben? Gibt es hier nicht so etwas wie... Keine Ahnung. Wie bei Pokémon irgendwelche Gegenstände, die es verhindern, dass man hier ständig... Ach, hier geht es auch hoch. Naja, gut. Okay, hier geht es nicht lang. Dass man diesen Random Encounters so ein bisschen aus dem Weg gehen kann, das wäre nice. Aber ich glaube, das ist zu viel des Guten. Hier kommen einfach nur immer mehr Gegner. Aber ich finde auch, was mir echt gefällt ist, dass die Kampfmusik so einen richtig guten Sailor Moon Flair hat. Also so ein klassisch Sailor Moon Ding. So, als würden die gegen die 0815 Gegner kämpfen. Okay. Hier ist wieder eine Luna P. Ah, okay. Hier gibt es einen Weg, den gab es auf der anderen Seite nicht. Ich glaube, ich brauche gar nicht irgendwie nach Großkisten suchen oder so. Wenn, dann werden sie einem direkt ins Gesicht gedrückt. Von wegen, hier ist eine Kiste, nimm sie. Und an anderen Stellen gibt es einfach keine. Oh. Hier haben wir eine Art Thronsaal. Da bin ich mal gespannt, was es hier gibt. Also hoffentlich machen die jetzt mal hier Schluss mit den Gegnern. Die Olle, die da sitzt, pfeift ihre Gegner zurück oder so. Obwohl, das wäre ja schon wieder zu einfach. Okay. Oh nein, wer ist das? Ich spüre etwas sehr Böses. Wer ist da? Du hast unseren Schlaf gestört. Und du wirst dafür bezahlen. Stirb! Ein Geist? Oh nein, was sollen wir tun, Athenis? Beruhige dich. Du kannst sie besiegen. Okay. Radina. Okay. Ähm, Radina. Was? Ich bin hier, um mit dir über Feuerherzen und die Welt zu sprechen. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ähm. Wir versuchen, dich trotzdem zu bekehren. Noch mehr Feuerherzen. Danke. Reicht schon. So. Ein Rias Topas gefunden. Sehr schön. Das ist der Stein, den wir gesucht haben. Ah. Oh. Äh? Nanu? Vielen Dank. Dieses seltsame Wesen, äh, diese seltsame Wesen haben mich manipuliert. Entschuldige, aber... Wie heißt du? Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich bin Sailor Venus. Natürlich. Man nennt mich Radina Sailor Venus. Ich habe einst auf deinem Planeten gearbeitet. Wow. Wie lange warst du schon auf dem, ähm... Wie lange warst du schon besessen? Und jetzt bist du hier. Es ist wie ein Traum. Da gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Etwas Furchtbares ist in dem einst geschützten Bereich passiert. Die Menschen aus dem Dorf Rias wurden versteinert. Was sollen wir tun? Das ist das Dorf des Erdenkriegers Konzite. Das Dorf, in dem du dich einst mit ihm getroffen hast. Mit der Hilfe des, ähm, Erdenprinzen konnte das Dorf erhalten bleiben. Wie auch immer, Konzite wurde nicht vollständig reinkarniert. Und der Schutz um das Dorf herum wurde zerstört. Die Menschen im Dorf wurden versteinert. Und Konzites Steinstatue bestrafte die Menschen. Aber warum bin ich unversehrt? Es sieht so aus, als habe Konzite den Schutz von allen außer dir entfernt. Aber warum nicht von mir? Der Legende nach war Konzite in deinem früheren Leben, ähm, in dich verliebt. Uuuuh. Aber das Dorf, wie können wir das Dorf wieder herstellen? Wenn Konzite Statue in Rias wieder ganz wäre. Du musst das heilige Licht nutzen, um sie aufzutauen. Heiliges Licht? Was ist das? Das heilige Licht, das du besitzt und das so hell strahlt wie der Mond. Ich besitze ein heiliges Licht? Ich weiß nicht, was für ein heiliges Licht? Hm. Ich hab's. Es ist deine Halbmondstrahlattacke. Deine Kraft als Sailor-Kriegerin war ursprünglich nicht zur Zerstörung gedacht. Wirklich? Na dann, lass uns direkt ins Dorf Rias gehen. Bitte nutzt dein heiliges Licht, um das Dorf wieder zu beleben. No prop. Wir kriegen das hin. Ich hoffe das. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Man merkt, dass diese Spiele mega altbacken sind. In anderen Spielen hätte man nämlich, ähm, würde das ganz... Ah, shit. Jetzt hab ich die falsche Attacke gewählt. In anderen Spielen, ähm, hätte man zumindest eine, ähm, eine, eine Schnellreise bekommen. Zumindest, ähm, zum Anfang des Gebäudes. Hier, ähm, müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wobei, den ganzen Weg ist übertrieben. Einmal nur die Treppe runter. So. Und wir wollen natürlich auf mehrere, dann ist der Kampf schneller vorbei. Ja, klar. Also, ist natürlich eine Sache, ähm, Konzite, Neflite, Jedite und Zeusite sind quasi, ähm, auch die, die Geliebten der Inner-Senshi, wenn, wenn, wenn mich das Gerede meiner Freundin nicht ganz täuscht. Und, genau, deswegen sind diese, ähm, sind diese Personen sozusagen miteinander verbunden. Deswegen auch dieses, ähm, ja, und das sind halt eben alles, also, mal ganz anders. Also Sailor Moon ist ja die, äh, die, ist ja Prinzessin Serenity vom, äh, vom Mond, wenn mich nicht alles täuscht. Und Mamoru ist der Prinz der Erde. Und seine, ähm, Generäle sind, sind halt eben, bevor sie von, ähm, von, von Königin Prilja, ähm, korrupiert wurden, waren halt eben, also nein, die, die, ähm, die Leibgarde sozusagen von, ähm, Sailor Moon, beziehungsweise von Prinzessin Serenity, waren Sailor Venus, Sailor Mars, Sailor Merkur und Sailor Jupiter. Und die Leibgarde von, ähm, von, 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 von Endymion, also Mamoru-Taxidomars, waren, ähm, waren dementsprechend Zeusite, Kunzite, Neflite und Jedite. Und eben diese sind natürlich auf der Erde unterwegs gewesen. Und, vermuten, also, und das dann halt eben solche Relikte, wie diese, ähm, XY-Steine des Lichts, also die, die Steine der Generäle sozusagen, ähm, hier auf der Erde liegen, und zwar in verschiedenen Ländern verstreut, ist dann natürlich vollkommen logisch. Also das, finde ich, ist zumindest so eine Sache, die ich ganz cool finde, die keine richtigen Plot, also, ja, das ist kein richtiger Plothole, aber, es wird hier halt eben nicht so gesagt, weil, ach, ich weiß nicht, inwiefern, ähm, inwiefern Serenity, also die, die Prinzessin Serenity aus der Gegenwart das weiß. Ich muss sagen, ich hab die Manga nie gelesen, und die Manga sollen ja um einiges besser sein, als die Serie aus den 90ern, aber okay. Achso, ne, ich muss ja die... Schnell, lass uns Kunzite-Statue wiederherstellen. Okay, das klingt gut. Ja, dieses Drumherum, also, ich bin nicht ganz in der Sailor Moon-Lore drin, und das verübelt mir meine Freundin auch. Ach, verdammt. Hihihi, ich wusste, dass du kommen würdest. Anscheinend wollen Leute wie du die Statue zerstören. Heyhihi, das werde ich nicht zulassen. Hör zu! Puh, ich sollte so gerissene Leute lieber meiden. Also, jetzt bin ich wütend. Hey du, mach irgendwas mit diesem Mädchen. Däh? Kommt der auf einmal her? Ein Dämon 2. Ähm, hier komm, du kriegst einen Feuerschauer ab. Mal gucken, was du dazu sagst. Oh! Der sagt, ich mache viel Schaden. Scheinbar hat hier so jeder seinen eigenen Gegenspieler bekommen. Finde ich mega cool. Hm. Das war nicht sehr schwer. Okay, jetzt nur noch die Statue wiederherstellen. So. Okay. Venus, nutzt deine Kraft? Ja, ich weiß. Okay. Und nun? War's das? Haben wir's geschafft? Sind sie jetzt alle wieder... ...aus ihrem Steinschlaf erwacht? Nein. Äh, äh, die Versteinerung beginnt zu verschwinden. Das klingt doch gut. Äh, sehr schön. Die Versteinerung beginnt langsam zu verschwinden, aber trotzdem... muss hier irgendwie... Ah. Die Leute werden langsam wieder normal. Perfekt. Die Versteinerung verschwindet. Ich hab's geschafft. Ich kann meinen Körper bewegen. Ich frage mich, wer in aller Welt das geschafft hat, uns wieder zurückzuverwandeln. Es war Fräulein Venus. Was, Fräulein Venus hat das getan? Oh, wei. Jetzt sind wir nicht nur heiß begehrt, sondern auch noch, ähm... Ja, Held aller Personen im Dorf. Fräulein Venus! Venus! Fräulein Venus, vielen Dank, ja. Du bist hüpfend, hast du auch noch geholfen. Danke, hier ist ein Geschenk für deinen schönen Körper. What? Ich bekomme Lippenstift. Ist das süß. Nein, das hier ist ein viel besseres Geschenk. Ein Maniküreset. Okay, nein, das ist viel besser. Ein Parfüm. Was? Nein, warte, das ist viel zu viel. Ich nehm's trotzdem und hau ab. Tschüss. Fräulein Venus, bitte bleib bei mir. Fräulein Venus! Oh nein, was sollen wir tun? Laufen wir... Laufen wir weg? Das kennen wir ja schon. Lass uns zu Darcys Haus gehen. Der Typ ist Darcy? Und hat der sich ihm so vorgestellt? Darcy! Hm? Venus, ja. Danke, Venus, dass du an uns geglaubt und uns geholfen hast, ja? Bitte nimm das hier. Passt am besten zu deiner Schönheit, ja? Du erhältst einen Rias-Toppers. Danke, Darcy. Du warst so nett zu mir. Ähm, ähm, ähm. Hast du vergessen, dass wir zurück nach Japan müssen? Oh, Artemis, du hast den perfekten romantischen Moment zerstört. Tut mir leid, Darcy. Ich will nicht gehen. Wie kann ich das Dorf verlassen? Du gehst also... Wenn du nach Norden gehst, ja, findest du etwas, das früher dir gehörte. Dort ist eine Arche, die einst Sailor Venus gehörte. Wenn du den Transporter der Arche benutzt, gelangst du zurück an die Oberfläche. Woher weißt du, dass ich Sailor Venus bin? Ist der Stein, den du da hast, nicht Kunzites Stein? Er war unser Meister. Er ist ein Symbol für Kunzite. Wenn du uns den Stein nimmst, haben wir nur noch Sailor Venus. Die Arche war ein Luftschiff, das benutzt wurde, wenn Leute zum Mond wollten. Und die Person, die die Arche benutzen konnte, warst du. Ist das wahr? Es ist meine Arche? Darcy, danke für alles. Venus. Bitte, du musst... Du musst eines Tages hier zurückkommen, ja? Meine Freunde warten auf meine Rückkehr. Ich muss gehen. Okay, tut mir leid, wenn ich lästig war. Du bist die Göttin der Schönheit, ja? Allein die Chance zu haben, mit dir zu sprechen. Tja, ich bin schon glücklich, dass ich das konnte. Darcy, ich hätte nur gerne etwas mehr Zeit mit dir allein verbracht. Vor kurzem sind Monster in die Arche eingedrungen, äh, vor kurzem sind Monster in die Arche eingedrungen, äh, als du sehr vorsichtig, Venus. Danke, Darcy. Irgendwann komme ich zurück. Leb wohl. Oh, herzreißende Liebe wohls. Niemand, aber auch gar niemand. Eigentlich ist das schon gemein. Die leben quasi voll im Zölib... Das ist gescriptet an der Stelle, glaube ich. Die leben hier alle voll im Zölibat, ja? Ich meine, schaut mal, keiner darf seine wahre Liebe oder findet seine wahre Liebe. Außer Sailor... Äh, außer Sailor Moon, beziehungsweise Prinzessin Serenity, weil die zufällig Endymion schon gefunden hat. Aber die anderen so, nee, ihr nicht. Du darfst nicht. Mh, mh. Och wie? Nee, der kommt aus Deutschland. Mh, mh. Lass mal gut sein. Das ist tatsächlich so eine Sache, die mich richtig massiv an Sailor Moon ärgert. So, das... Dass die halt eben... Gefühlt tausend Jahre... Nichts dürfen, außer Sailor Moon, äh, oder... Ähm, oder halt eben... Den Silberkristall beschützen, so. Das meine ich mit halt eben Plotholes. Die Charaktere könnten links und rechts wesentlich weiter ausgesponnen werden. Aber das passiert irgendwie nicht so richtig und das finde ich schade. Aber mit den Leuten haben wir noch nicht geredet. Mal gucken. Es ist sogar süß, wenn er aus Stein ist. Äh, er ist sogar süß, wenn er aus Stein ist. Wir treffen uns immer noch heimlich. Aber ich frage mich, ob es Conceite etwas ausmacht. Von heute an werde ich mein Leben so leben, wie ich möchte. Ja, ich sag doch, ne? Komm. Ihr könnt euch zusammentun und dann ist alles gut. Dann sind alle glücklich. Alle sind zufrieden. Das Dorf mit den Männern wird nicht aussterben. Das Dorf mit den Frauen wird nicht aussterben. Wie haben die es überhaupt geschafft, so lange am Leben zu bleiben? Hm. I don't know. Ein UFO. Gibt es hier noch irgendwo was? Es gibt noch eine P-Puppe. Ah ne, das ist nur ein Teleporter. Ach ja, hat er ja gesagt, wir müssen ein Teleporter. Ja, Aufmerksamkeitsspanne eines Toastbrots. Aber wir können hier nochmal kurz einmal... Rieders Topp ist gut. 120. Wir können noch einmal kurz Sushi essen. Damit haben wir wieder volle Lebenspunkte. Und haben wir hier irgendwelche coolen Accessoires, die wir tragen können? Ne, sie trägt schon alle, die sie tragen könnte. Dann speichern wir an dieser Stelle. So. Und benutzen den Teleporter. Möchtest du auf die Arche? Ja bitte. Ich will in diese abgespacede Arche. Hm. Ha, hier gibt es noch Kisten. Eine Mondscherbe. Und was haben wir hier? Ein Topas-Diadem. Na also. Genauso etwas habe ich gesucht. So, jetzt muss ich mal gucken. Topas-Diadem reduziert den Angriff, erhöht die Verteidigung, erhöht Tempo und erhöht Ausweichen. Im Vergleich zur Halskette. Erhöht Angriff, erhöht Verteidigung, erhöht Tempo und erhöht Ausweichen. So. So rum machen wir das. Vielleicht haben wir hier noch was. Oh, hier ist noch was. Eine rote Rose. Krass. Was können wir mit der roten Rose machen? Ne. Ach, hier haben wir noch einen ganzen Haufen Rohrsaft. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich auch massiv viel Geld für Gegenstände ausgegeben, die ich irgendwie nie nutze. Möchtest du zurück an die Oberfläche? Nein. Ich möchte bitte hier entlang. Krasses Raumschiff. Ah, ich glaube, hier kann ich damit fliegen. Aber was ist denn hier unten? Was zum? Was ist los? Ich habe das Gefühl, ich bin hier schon mal gewesen. Aber warum? Es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Das war dein Zimmer in deinem früheren Leben. Na dann. Radina wusste, dass Konzite und ich uns in Rias begegnet sind. Habe ich in meinem vorherigen Leben wirklich etwas für Konzite empfunden? Naja, es könnte wahr sein. Beinen wir uns, Venus. Haha. Ich finde ein Fläschchen ohne Toilette. Und eine Menübox. Mensch. Venus hatte aber ein wunderschön aufgeräumtes Zimmer. Und ich frage mich, wo sie geschlafen hat. Auf dem Fußboden? Also da hätte man sich noch mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich kann die Anwesende von jemandem spüren. Wer bist du? Da drüben. Hast du mich hier nicht erwartet? Hey, dieser Ort hier ist nichts für dich. Ach nein? Meinst du wirklich? Hm. Ah, genau. Der Stein. Hey du. Du hast doch den Stein gestohlen. Also bist du diejenige, die ich suche. Gib mir den Stein zurück. Niemals. Ich werde dich einfach in einen Eimer packen. Ishtar. Ähm. Vier, drei. Ah. Wir nehmen die. Die geben mich nur auf Einzelne. Yay. Oh. Gut. Ähm. Das war ein unglaublich schwieriger Kampf. Oh. Du bist gemein. Wie kann es nur so stark sein? Das ist nicht fair. Es ist fair. Ich bin nicht nur stärker, sondern auch freundlicher als du. Wah. Das wirst du noch bereuen. Du und deine blöde Katze. Ich mache euch fertig. Es heißt, ähm. Es heißt doch Hunde. Die Bällen beißen mich. Ha. Ich bin der Liebling von Meisterin Absu. Ja. Was ist los, Nabu? Ja. Was ist denn, Nabu? Es sieht aus, als würdest du mit jemandem reden. Aber da ist niemand. Oh. Das ist eine Stelle, die wir schon mal gesehen haben. Aber aus der Sicht von Nabu. Du bist seltsam. Na? Ah? Nabu? Nabu, das ist nicht witzig. Was passiert da? Sie schwebt. Zu Absu? Yay. Wir fliegen mit. Woo. Waa. Mein Körper schwebt auch. Hilft mir. Ah. Diese Person. Naja. Sie ist auch okay. Sie ist einfach nur aus Versehen damit gelaufen. Ich bin nämlich die beste Kriegerin von allen. Ja. Ach wirklich? Ha. Hör gut zu. Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Das Sprichwort ist nicht das Beste. Nun, lass uns mal schnell zurück nach Japan gehen. Alle warten schon. Ja, Bunny wartet sicher schon ungeduldig auf mich. Ja, bestimmt. Doch bevor ich gehe, möchte ich, dass ihr, dass ihr es wisst. Werner. Radina. Darcy. Ich kenne nun meine wahre Kraft. Eines Tages werde ich diese Arche steuern können. Und du, äh, und bis dahin, lebt wohl. Aber wenn Failermoon auf die Arche käme, wüsste sie sicher, wie man sie steuert. Ach, Artemis. Musstest du das jetzt sagen, gerade wenn ich sentimental werde? Naja, lass uns zurück zu den anderen gehen. Ich dachte, mit der Arche kommen wir raus. Oh, Artemis kommt zurück. Das ist das Ende. Das ist das Ende von Minakos Geschichte. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Oh nein, dann spielen wir Sailor Shibibon. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die will doch keiner spielen. Okay, rüsten wir sie aber erstmal aus, wenn wir sie ausrüsten können. Ja, sie kriegt eine Halskette. Oh, geil. So gut. Es ist echt so. Keiner mag Sailor Shibibon. Ich mag die nicht. Die ist ätzend. Oh. Na gut. Bevor es hier weitergeht. Nochmal 5 Minuten Pause. Ich muss mich auf das, was jetzt kommt, echt mental vorbereiten. Denn das ist eine... Oh. Ne, ich wiederhole es noch. Also ich sage das, was ich gestern schon gesagt habe. Sailor Shibibon sollte die Pfoten von allem lassen, was glänzt, wichtig aussieht. Oder magischer Natur ist. Und am besten... Ja, am besten man schreibt so einen riesigen Zettel. Pfoten weg, Shibibon. Du machst alles nur schlimmer. Du bist scheiße. Das wäre super. Weil dann wäre sie... Dann... Vielleicht würde sie dann gar nicht mehr auf doofe Gedanken kommen. Vielleicht könnte man die auch in einem Verlies einsperren. Einfach irgendwo einsperren, bis sie erwachsen ist. Und um dann zu sagen, du baust nicht so einen Mist. Ich meine, überleg doch mal. Als sie den Silberkristall angefasst hat. Die war zu dem Zeitpunkt schon 800, 900 Jahre alt. Ja. Und hat sich immer noch aufgefühlt wie eine 5-Jährige. Und... Wow. Mich gruselt es jetzt schon. Okay. Also. Ein kleiner Cut für euch. Ein bisschen Musik. 5 Minuten Pause. Und danach gehen wir in das Getümmel. Und freuen uns schon massiv auf Sailor Shibibon. Wir sind jetzt schon innovativ. Oder wir müssen damit oberen lyden. Ich sehe auf das Ganze anderes.